Was machen Sie oft mit Ihrem Handy? Okay, für diejenigen, die Sie mit Ihrem Handy machen wollen, was machen Sie oft mit Ihrem Handy? Die Leitpunkte sind Spielen, Musik hören, Nachrichten schicken und Telefonieren. Hallo Guten Tag, heute möchte ich erzählen, was ich oft mit meinem Handy mache. Mit meinem Handy schicke ich oft Nachrichten zu meinen Freunden. Ich habe so viele WhatsApp Gruppen mit meinen Freunden. In diesen Gruppen tausche ich oft viele Informationen oder einfach Chaten. Ich höre nicht so oft Musik mit meinem Handy. Ich höre normalerweise Musik mit YouTube und zwar mit meinem Fernseher oder beim Autofahren. Mit meinem Handy spiele ich aber oft Handyspiel. Mein Lieblingsspiel ist Cooking Diary. Hier koche ich etwas und ich habe ein Restaurant. Ich koche etwas für meine Gäste und es gibt so viele Herausforderungen in diesem Spiel. Es macht mir viel Spaß. Mit meinem Handy telefoniere ich nicht so gerne. Ich telefoniere mit jemandem, wenn es sehr, sehr wichtig ist. Aber zwei Stunden telefonieren, das mag ich nicht so gerne. Das war, was ich mit meinem Handy mache. Ich fühle mich nicht so gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.